... IL-2. Aber nicht alleine, glaube ich. 2 IL-2s, 2 Deutsche, eine IL-2 weggerammt. Muss gründlich sein. Größeres Flugzeug, größerer Verlust. Ja. Wie wohl ab? Ohne Flocko-Bullverlust. Cheeto. Da stürzt was. So, ja. Ohne Flocko-Bullverlust. Bomben gesehen haben wir sich keine Schlüssel. Noch ein weiter Russenjäger. Kannst du früh wackeln? Wackeln? Nein. Ich glaube eine LA5 ist unter Wolke. Auch die Scheiße über der... Kommt zu Norden. Ja, stimmt. Bleib ruhig, bleib ruhig. Ausleveln, hochzorten, dann bist du weg. Mach so 92, 93 Prozent. Kommt aber schnell ran, ne? Ja, warte, wir sind im Gap. Aber man muss halt bei Zeiten was machen. Aber jetzt wegstürzen... Das ist wirklich... Sollen wir steigen? Ne. Ich seh ihn grad nicht mehr. Einfach nur tief vor 6. Ich geh voll throttle. Kannst gleich stürzen. Ist doch bescheuert. Ich kann ihn grad nicht sehen. Du stürzt jetzt tief. Ja, oder ich. Du stürzt tief bitte. Okay. Aber schön tief tief. So was er nicht unterschneiden kann. So was er den Kürbwinkel kürzen kann. Wunderbar. Weil jetzt... Ja, genau. Das sieht gut aus. Was er jetzt machen muss, das wird nichts werden bei ihm. Also ich vermute, dass es da ne... Weil es RIP geht, was da so RIP geben kann. Sind bei 800 plus. Taro sagt nix mehr. Er schon, er schon... Aber ist noch dran, ne? Er ist noch dran, aber ich... Gucken wir mal, was da noch übrig ist von dem Jäger. Also Gas geben kann er noch. Ist auch noch nicht dran. Aber ich komm jetzt auch dran. Schon ein bisschen versetzt von mir. Er ist unter den Bäumen. Du darfst auch jetzt sehen. So müssen wir vorne auf die Bäume gucken. Ja, guck mal vorne einfach. Du bist weit genug. Ich mach jetzt gleich weit. Weit, weit, weit. Ich soll... Kann man zwar ein Booster sein, ne? Wenn ich noch rennen muss. Mhm. Ich bin klar mit zu gucken. Mach mal so. Ui, ja, es ist... Schmiss war weg. Äh... Wirst du gerade beschlossen? Was schießt du immer noch? Okay, ich hab noch... Richtig lange Tracer gesehen, aber... Könnte ein Leck sein oder so. Ich seh nichts. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt in 17, 14, 1. Okay. Ich bin zu meiner Rechten. Etwas höher. Okay. Der Lücke bin. Okay. Der Lücke bin. Schlagx. Ich bin jetzt gerade runter Richtung Train. Geht in die Wolke rein. Ich folge ihm. Ich hab reingezoomt. Ich glaub, der hat mich nicht gesehen. Okay. Dann bleib ich doch unter den Wolken. Ah... Ich bin dabei, ihn zu verlieren. Was ist da noch? Welche Richtung? Da noch. Ja. Es unterwirkt jetzt auf untersten Layer. Dickrad Richtung Süden. Das ist genau die falsche Richtung. Dreh Richtung West. Ist ne Nick oder so. P39. Das weiß ich. Das eine Ding muss besser stürzen können. Dann nichts anderes. Treffer. Jetzt stürzt er. Bis Richtung Ost. Ist das da noch an der Train Station? Ja. Genau drüber. Da geht jetzt aufs Deck Richtung Wald. Das ist die Straße im Wald. Ja. Da geht er quasi in den Wald rein. Ja. Ich bin da direkt drüber eigentlich. Versuchen ihn zu finden. Lüchtern. Lüchtern. Kreuz die Straße. Aber ich hab gar keinen Bock, ihn hinterher zu stürzen, ne? Sehe Convail oben drüber. Gehen wir wieder hoch. Ah, ich seh ihn. Ich bin ganz gut in die Position gerade. Ja. Wie oft warst du da noch? Ich sehe die irre langseitige Wolkendecke noch. Ich bin gar nicht hinterher gegangen. Ach so. Okay, dann würde ich stürzen. Ich stürze mal an. Oder er ist irgendwie irre langsam geworden. Ne, versuch mal. Ja. Ich hab mich gesehen. Das zieht hoch. Ach, sie haben uns leider nicht gesehen, dass ich das folgen könnte oder so. Ich hab's den Heck getroffen. Ja, der leckt. Ja, der leckt. Aber ich geh da jetzt nicht nochmal ran. Äh, jemand anders stürzt gerade auf ihn? Ich. Ach so. Aua. Ich glaub der jetzt hinter sich. Ja. Hoffen aber das war äh, unter Bezahlung von einem fast Blackout. Aber nur fast. Ja. Ja. Geh. Vollpower an der Wolkendecke. Seh dich. Bist frei. Not schon auf der Westkurs. Auch unter Wolkendecke wieder. Geh erstmal nach dem Norden raus. Irgendwie weg hier. Jo. Ach so. Oh, stell ich ab schossen. Was ist denn das? Ähm. Ich komm mal und dann schon richtig zuletzt. Mach erstmal deinen Scheiß. Ich find's. Ich kann nicht mehr viel scheiß machen. Ich find's. Ich kann nicht mehr viel scheiß machen. Ich find's. Ich find's. Ich find's. Was soll ich denn da oben Wolkendecke oder so? Ich bin jetzt gerade im Schützenischen Westen. Mein Motor. Ich find's. Ich find's. Ich find's. Ich find's. Ich find's. Hm. Ich seh nicht. War aber stark am Rauchen. Ich schätze mal, das ist eine. Eine LR5 war. Ah, da haben auch zwei hinten dran. Hm. Mutter ist aus. Na, der nehm ich den Zug, der hier fährt. Ja, der ist jetzt tief über der Railroad oder was. Ah, nee, ist mir Pocko gut. Nein, ich. Ich bin tief über der. Hab zwei Jags. Hallo. Ich bin hinter dir. Dann neben dir Grönnen. Mal sehen, vielleicht kann ich sie ablenken. Hey, pass auf, dass die Jags nicht zerflicken. Ja, vielleicht lenken sie dich ab. Ja, einer kommt für mich. Sehr gut. Hahaha, der 1.5 hat abgedreht, weil er auf mich geschossen hat. Ah, der war aber flott in der Wege. Beide sind... Beide, beide, ja. Wer siehst du? Für Tracer ist es kurz, hoffentlich. 3.20 ist der Heading. Mhm. Okay, man should see it, towards the river or something. Pretty sure I got him. Okay. Didn't see it. Doesn't matter. Yep, I'll come back to trains. Is that current grid? 18.12 key 9. Oh, that was close enough. Oh, it didn't get him. I didn't get him. I hit him so hard. He's still flying. He looked like he snapped in half. All he did was push his nose down. Coming back to trains. I'm just below Cloud Out, smoking Yak behind me. And I can attack him again from here. Could be really close, see. Yak is on the deck. And I'm making a dive. I see a non-smoking Yak on the deck heading towards trains. Yeah, that's a non-smoking Yak. Oh no, that's your guy. I don't see the smoke. It's just a water trail. It's just a water trail. Ouch. Oh, he touched him. Yeah, that's what he did last time. Pop up again. He's coming. I'm coming. I'm coming. Yeah, this is death sentence really. Good boy. Let's go. Swinging around. Going west for now. Resetting a bit. Someone dives toward you. Check six, check six. Be ready to brake. Brake now. Brake, 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 brake. I see. I'm fine. He's almost shooting. Yep, he's still following me. Can you help me? Yep, I'm coming in. He's gonna have energy on me, but I can pressure. Okay. I'm going down again. I think I hit him in there. Ah, he's coming around. No, he's not. Yeah, he wants to attack me now. Oh. He goes up. Mm-hmm. I'm gonna need a stupid 109 and follow him up. Okay. Okay. I thought I would need a stupid 190 here. But he has energy, dude. We need to drag this further west. I see you. He got a flap. So I am wobbly. He runs now. Yeah. 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 Can't catch him. I'm going around. Back west. I'm gonna go land. Get a new plane. He will come around, I'm sure. But he's... Let's see how this goes. I don't want to say, but we'll see. Damn it. Stupid smack top. Yeah. That is up high. Oh, yeah. I see the 190. Yeah, he's gone for that one. I'm never gonna catch that guy. No, I think... That is the guy I see is too high. At the warehouse. He's too long for the 190 diving structure. And there's a Peshka coming in. I think I'm going for that one. Yeah, there's a Peshka going to bomb. Oh, and Ella just got shot up. Oh, no. Peshka is on my... Caliber. Did a fighter on somebody there. And... Oh, there's your Peshka. I see. I'm on him. I'll smack him. I can look at the fighters if I can. I'm a fighter too. Blast ball. That's another Peshka. Right now. Coming in. Alright. Got the first one. Going on the second. I hope he turns now. He's shooting at me now. Oof. I almost ruined two bombs. Good. Is that a good? It is. I did not see the impact of my gun. Yeah, but he's still... I can go for him again. Go for it. I see your shadow. That was your shadow, I see. Check six. Care first. Yeah, you have a Russian fighter on your six. Can't do much of it. Already damaged. I'm diving. He's gonna... LF5. I'm on him. Oh, he's turning now. I can't get to him here. He inverts on me. I need help with this guy. He inverts to me. He's off. Alright. What? What the fuck? I got pallet. I can't see. I can't see. What happened? I think we're losing the numbers game here right now. I'm heavily wounded, but I can't bail out him to damage. I cannot bail. Did you kill him? I don't know what killed me. I don't know what he's shooting. Okay. Appeal. Hit the LF5. Looks good, he's in. He's in. Okay, I'm now running south here for now. Resetting the stuff. Ah, six. Six, maybe six. Yep. It doesn't get any better here. I'm coming around. Nice. Hit him. Yep. I'm the engine damage, obviously. One thing here, another German custom below. Leave it to the angles fighters now. I gotta exit. Yep. Can you name it? Yep. We'll help this. It's one of nine here. Let's meet it. We're still on, but he has troubles. We're still on, but he has troubles. Another yak crosses here. Come on, chum. Okay, he's diving in. More yaks. It's a mess. I'm out of here. Yeah. The objective is gone already. Actually, we don't have any objectives left. Something shoots at me from long range. Oh, fuck's sake. There's another yak. I hope he is not on speed here. He's pulling up and trying to... He's... He's slow enough. And I pace him. Where my engine holds, that is. I'm running towards you. Why is he getting fast so well? I leave him in the dust. Life. Boys. That was quick. There's no delay on this side. And that's one. Okay, cool. Yeah. I mean, we went from, what? The warning about 20 planes? Like, pretty quick. Yeah, yeah.